Hallo YouTube! Ja, heute kommt der Authentic German Learning Podcast. AuthenticGermanLearning.com-Podcast Wie man erwarten würde. Entweder ist er jetzt schon da oder er wird es in ein paar Stunden sein und ihr bekommt gleich drei Episoden. Ja, ich möchte, dass ihr gleich richtig anfangen könnt, dass ihr nicht nur eine kleine Episode bekommt, sondern ich gebe euch gleich drei Episoden und dann bekommt ihr auch schon die nächste Episode am Freitag und dann immer am Freitag, am Mittwoch und am Montag. Ja, montags, mittwochs und freitags kommt immer eine neue Episode des Authentic German Learning Podcasts. Viel Spaß!